Hey Kinder, was geht bei euch, Junge? Willkommen zu einer weiteren Folge CSGO. Wir spielen Season Deathmatch immer noch. Voll der Fiiiick. Aber ja, ich hab mir vorgenommen, die Runde einfach mal erster zu sein. Ich nehm halt oft vor, sechster zu sein oder siebter. Oder auch mal letzter, aber ich... Ich glaub, diesmal nehm ich... Ich werd jetzt einfach mal erster. Ich würd's mal ausprobieren. Wie das so ist, wenn ich dein erster bin. Ich bin ungern besser als alle anderen, aber manchmal kann man das halt auch nicht zurückhalten. Ich wüsste aber noch gerne, wie man Waffen auswählen kann. Oh mein Gott. Erstmal nachladen, Alter. Ich hab kurz wieder gedacht, ich wär immer noch bei Terror, aber nein, bin ich nicht. Es ist geil, mit AWP zu spielen. Fuck ey, das wär fast mir rübergegangen. Oh oh. Kinder, geht ihr mal kurz vor? Scheiß die Wand an. Ich komm oft nicht das zweite Mal auf Kuh. Ich will einfach so Klack-Klack machen. Ja, guck mal, jetzt hab ich nur wieder die scheiß Piste. Wow. Ja, D, da, B, A. Boom. Nein. Ey, der hat es aber ganz kurz rübergeleckt, oder? Oder war ich jetzt... Oh. Er stand einfach hier an der Sa... Genau, da steht jemand. Du in den Schuss, son. Oh. Hab ich jetzt noch einen geklatscht, oder? Nein. So. Achtung. Eeeh. Eeeh. What? Oh, schade. Da hat er meinen Schrieg kaputt gemacht, ja? Dreck sagen. Yeah. Show me your sunny asshole. So geht das... Oh, der Mate wird sogar gefickt. Och, von der Seite. Und wo auch sonst? Ich weiß, ja, natürlich. Er lieft. Hat er gesehen? Er ist genau vor mir gelieft. So ein Pisser. Im Gang hockt einer drin. Shit. Sieben AP noch. Und da kommt direkt der Nächste. Wart. Sticht. Wart. Moment, was hat... Wow. Ey, so we got the Mate and get killed. Das war... Unangenehm geworden. Hm. Hm. Was? Ich wollt grad... Ey. Angefragt, Mann. Wann zählt denn sowas? Wow. Hello, bro. Oh, er ist tot. So. Da steht. Ah, nein. Scheiße, ich wollt grad den Kerl imitieren. So. Also AWP macht auf jeden Fall Spaß. So gehen die Runden ab. Das macht fun. Komm, eine Runde geht noch. Hab ich noch Zeit? Ich hab noch Zeit. Ach gut. Guck mal. Ähm, fast nichts bekommen. Shit. Ich hab die Aufgabe vergessen, die ich überhaupt gerade... die ich generell gerade verfolge. Ich glaub, es wär irgendwas mit MP oder so. Kann das sein, dass man irgendwie jetzt 150 oder 250 Kills mit MP machen soll oder generell so viele Kills? Welche macht Spaß? P90 macht schon ein bisschen Spaß, ne? Boah, direkt in den Tod gejumpt. Krass. Fast schon wieder. Wir sind eine Elefante. Äh, äh. Oh Gott, war das knapp. Oh, ne Arme von hinten. Das ist ja wohl wirklich... Und da... Nein. Ich muss was sagen. Und da steht der Nächste. Aber nein. Und da ist der Nächste. Pam. Schon eklig hier drin. Mit Leuten, die einfach runter springen. Würde es immer so fallen. Dann will ich es selbst machen. Springen aber in den Tod. Kurz nachladen. Warte mal. Geh aufs Flot zum Nachladen. Oh nein. Oh nein. Ich hab noch wirklich eine geile Stelle gesucht zum Nachladen, oder? Dass man von ganz da hinten bis nach... Durch eng... Alter. Aber ich bin Dritter. Kurz nachladen. Warte kurz. Weiter geht's. Oh, dass er da oben noch sein musste. Dieser Pisser. Ich hab ihn gesehen und... Hab mich auch darauf eingestellt, dass ich natürlich verrecke. Wenn ich jetzt die anderen zwei kille. Aber ich hab noch nicht mal beide bekommen, sondern... Es war nur ein Assist mit dabei. Geht da hinten jemand nach? An meinem Nachladenplatz? Jaja. Du Sack. Du Sackiger Sack, Mann. Der hat aber auch extrem schlecht geäumt. Ich bin voll langsam um das Ding drum rum gegangen. Hab selbst geämpft wie jemand, der irgendwie so viele Medikamente nimmt. Und das war schwach. Warum denke ich aber auch, dass ich mit der P90 auf die Entfernung irgendwas dauerfrei als technisch ausrichten kann? Komm, ich kann Erster werden. Scheiß die Wand an. Ich weiß aber, ich kann es schaffen, Erster zu sein. Ich hab meinen Kuh geklaut, warum auch nicht? Was? Was ist mit ihm los? Also mein Hatter war lag, das hat man gesehen. Ist so zurückgezogen. Darum imitiere ich das, wenn ich im Kampf bin, Mann. Fünfter. Super, 7 HP. Ich kann mich halt direkt einseifen. Also arg viel besser oder schlechter war ich mit selbst gewählten Waffen nicht. Deswegen stelle ich jetzt einfach wieder das Random ein. Ich soll gar nicht hier zumindest ein bisschen die ganzen Waffen üben. Zum Beispiel diese Fette hier. Man nennt sich auch die Fette Helga. Farmer ist schön und gut, aber mit 6 HP kann man dann jetzt wieder auch richtig. Schön Hatter gedrückt. Das war edel. Also mit der Waffe läuft. Oh, ich muss nachladen. Da geht es natürlich nicht mehr. Habt ihr das gesehen? Bop, bop, bop. Hau doch ab mit der Pumpe, Mann. So weit, so gut, Kinder. Irgendwann mach ich meine Kisten auf. Diese drei Stück, die ich hab. Diese Pille-Palle-Kisten. Was ist das da drin? Ich kenn mich halt überhaupt nicht aus. Ich nehm an, dass es wie bei anderen Spielen, dass diese roten Sachen ultra cool sind und die blauen halt die normalen und die grauen, die ganz normalen Pipi-Sachen. Oder ein ganz spezielles, ganz rar gesätes Special-Item. Ist da sogar auch noch mit drin. Aber ey, so ein Schlüssel. Guckt euch das mal an. Kostet 2,19 Euro. Ich müsste fast 7 Euro rausgeben, um so eine verkackte Schlüsselkiste zu klüsseln. Die sind doch behindert, oder? Naja. Mal gucken, ich werde da irgendwann mal was draus machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.